Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us. Ja, schön, dass ihr da mit dabei seid. Weiter geht's jetzt hier bei diesem Gebäude. Hier haben wir das letzte Mal Schluss gemacht, zusammen mit Tess und Ellie. Er wurde zerfett. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Wurdeln wir nicht rum. Armer Typ. Hier liegt noch einer. Hier ist ein Feldeinsatzprotokoll. Okay, hier haben wir Loot. Nehmen wir mit. Sehr schön. Und hier müssen wir jetzt entlang und hier ist etwas. Gottverdammt. Clicker. Oh Mann. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Fingern hörst, versteck dich. So ordnen sie dich. Ja, die guten alten Clicker. Mist. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Die klicken gerne rum. Hoffen wir es mal, Alli. Hoffen wir es mal. So. Und auch immer schön hier alle Vorräte einsammeln. Denn Vorräte kann man immer gebrauchen. Hilf mir hier mal. So. Komm schon. Jutosh. Jawoll. Da hat es sich ausgeklickt für ihn. Oh, das war heftig. Oh, du sagst das. So, wir werden uns gleich mal ein wenig heilen. Verabste dich. Vielen Dank. Danke. Sehr freundlich. Sie gibt uns sogar ein Rezept dafür. Sehr schön. Sehr freundlich. So. Einmal abbinden hier. Danke. Dann fühle ich mich hier wieder ein wenig besser. Aber der Schock sitzt immer noch da. Der Schock sitzt noch tief, dass er mich plötzlich mit seinem Arm hatte. Der kleine Herr Klicker. So. Durch diesen Raum haben wir jetzt nochmal neue Vorräte bekommen. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich nicht so gut wie alles abgesucht. Okay. Los, folgt mir. Gut, da kommen sie. So. Mal sehen, ob es da weiter geht. Ich helfe euch. Los. Gut, kleine. Du bist dran. Los, komm. Okay. Los, 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 los. 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 So, ich muss ihn ein bisschen weiter weglocken. Da können wir raus, über das Gerüst. Zack. Gut, ich bin jetzt schnell hier hoch. So. Das hätten wir geschafft. Brauchst du eine Windel? Wir könnten ja hier Ausschau halten, ob wir hier vielleicht eine finden, Ellie. Bitte, die Damen. Okay, komm. Oh nein. Nein, mach's hier nicht, Ellie. Dann wollen wir mal. Oh Mann. Ganz schön hoch, ja? Das Ganze. Da muss man vorsichtig sein. Jawohl, ein neuer Holzknüppel. Ich seh mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Ein Revolver. Ja, ein Revolver ist ganz praktisch. So, wir behalten aber noch unsere aktuellen Pistole, würde ich sagen, oder? Okay, ich kümmere mich um die da unten. Bis gleich. So, hier ist einer. Und du hast nachher. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Sackgasse, mein Freund heißt hier. Sackgasse, mein Freund, ist nie gut. gut naja, es ist jetzt sicher zumindest mussten wir nicht viel Munition verschießen mein Plan war eigentlich alle vielleicht leise zu erledigen, besitzt den Klicker den dann zu erledigen wer der Schusswaffe aber ja, das hat leider jetzt nicht so gut geklappt wie ich es mir vorgestellt habe aber auf jeden Fall haben wir näheren Munition jetzt wieder hier für den Revolver und der Revolver ist auf jeden Fall stark los, geht ihr lang Tess ok, Hight fest hier, lass uns gehen sch hier 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 Dankeschön. So, wir stellen mal ein Messer her. Wir machen direkt zwei. So, gut. Auf jeden Fall höre ich auch ganz leise was wieder. Sie sind anscheinend hier draußen oder weiter unten. Hm? Weißt du, ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Los, folgt mir hier entlang. Hier lang. Tess, hier unten. So, hier können wir uns erstmal wieder ein wenig mit Vorräten eindecken. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Okay, ein Molotow haben wir jetzt. Sehr schön. Das kann uns noch helfen. Das kann uns sogar sehr gut noch helfen. Okay, ich sehe einen Weg. Folgt mir. Ja, wir sind hier durch. Scheiße. Da drüben, siehst du es? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich passe hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Okay, dann wollen wir uns mal angehen. Ich würde sagen, wir erledigen die Weile. Los, geht zurück. So, einfach hier rüber. Bis hier entlang. Sehr gut. Molotow. Und los. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Und jetzt wieder zu dem Ort hin, von wo wir hergekommen sind. Schnell. So. Pistole schnell wechseln einmal. Gut, Ellie ist da. Tess fällt noch. So. Und jetzt sollten wir noch ein paar Rest-Klicker hier haben. Hallo, ich weiß, dass du hier bist. Okay, fass mich einmal an. So. Ich habe eh hier das Messer. Zack. Dann haben wir ihm jetzt damit ein bisschen Schaden zugelegt. Und wir haben ja hier drin eh nochmal ein neues Messer. So. Dann können wir nämlich das direkt da ganz gut einsetzen. So, und jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umschauen wieder. Ein bisschen nach Stuff und so. Da wir ja auch wieder ein bisschen, was wir ja gerade jetzt verbraucht haben. Und ich würde auch sagen, wir stellen vielleicht ein neues Molotow-Cocktail auch noch her. Okay, hier ist eine Verrückte drin. Oder auch nicht. Die Verrückte war hier draußen irgendwo. Oh, hier klickt noch mal einer rum. Moment. Zack. Geh du mal dorthin. So. Ich stelle mal kurz ein neues Molotow her. Und ich stelle noch mal eins her. Zack. So. Noch mal so Dinge vorwerfen. Gut. Dem wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß. Zack. Sehr gut. Und wir durchsuchen mal noch hier weiter die Räume. Wir müssen es bloß möglichst leise hier hinkriegen. Ja, geh da rüber. Schnell. Die Luft ist rein. So, hier hinter. Und das noch mal dort hinter. Gut. Okay, na los. Jetzt die Leiter schnell. Und jetzt alle mal hoch. Los. Oh, hier. Oh, Mann. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja. Gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Ja, die haben wir Gäste. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Ähm, mehr Hallo. Können wir eure Geräusche bitte ein wenig leiser machen? Ja. Ja. Die erledigen wir noch. So. Und jetzt danach nur noch einer. Nein. Nein. Ich dachte, das wäre ein Fach, was ich öffnen kann oder so. Okay, gut. Okay. Sie sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Okay, dann mal los. Ja, dann beeilen wir uns mal lieber. So, ich roll das hier ran. Und dann können wir da drüber. Okay. Klettert hoch. So, und hier geht's rein. So, und hier geht's rein. Was? Ich höre nicht. Okay, Beeilung. Oh, Scheiße. Sie können. Ich weiß. Okay, bis gut, bis gut. Mal auf, okay. Du hast ja was am Schuh. Oh. Eklig. Schicke Dickel. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Dann an die Arbeit. Okay, können wir unsere Waffen verbessern? Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja. Ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich, äh, kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Oh, erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hm, hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. So, wir schauen uns mal noch hier um. Vielleicht gibt's hier noch was Neues an Vorräten. Hier sind ja auch recht viele Schränke auf jeden Fall. So, folgt mir hier entlang. Hier geht es weiter. Wir haben hier noch einen Schrank mit Loot. Und wie sieht es hier aus? Ja, wieder recht leer. Wir müssen hier durch. So, das einmal... ...heben. Los, 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 los! Scheiße! Ich lebe! Ich werde außenrum gehen! Tess! Scheiße! 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 Okay... Mist... Wir haben nur noch diesen einen Weg hier. Tess! Ja, super. Jetzt heißt es hier vorsichtig sein, auf jeden Fall. Lass uns mal den Stein hier hinterwerfen. So. Mist, wir bräuchten noch was Neues zum Werfen. Okay, hier haben wir einen Knüppel. So. Einmal hier hinter. Und hier rein. Jawohl, das ist eine Vorratskammer. Alles hier mitnehmen. So. Die Waffe hier erstmal nachladen. Gut. Sie ist nachgeladen. Und wir stellen uns auch nochmal hier was her. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Über den Tisch! Nein, es geht natürlich nicht. Oh nein! Oh Gott! Geht doch weg! Ich wollte doch nur über den Tisch drüber. Ohhhhh. wow da lag sogar noch was was ich werfen hätte können aber leider lag da zu spät etwas rum okay lass uns diesmal ein wenig anders machen ich erst mal das vorlocken gut so ich würde sagen diesmal probieren wir einfach ein paar zu erledigen zumindest so das einmal herstellen und das auch einmal so die hinter sind dresden einmal gehen da ist er mein bester freund so wir laufen hier jetzt entlang jetzt hier durch schnell gut und hier durch okay wir müssen nach oben halt ich hör was sie sind wohl da drin weil er gegen die tür steckt aber schnell hier rein ich bin da weg mit dir ja ja Mist. Lass ihn gehen. Oh. Ja, mal los. Stell jetzt los. Gut, wir haben ihn alle gelegt. Das war verdammt knapp. Oh Mist. Dress, ist bei dir alles ok? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. So, wir nehmen jetzt das Brett hier. Und... ...damit... ...kommen wir hier weiter. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... ...pst. Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber man... ...was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Ja. Es ist fast geschafft. Reis dich zusammen. Ja, Ma'am. Ja. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Wie weiter, Kleine? So, Leute. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt erstmal an der Stelle hier Schluss mit der Folge. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter zu dem Gebäude, wo wir hier hin wollen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Und ich komme hier. Ja, ich denke. Untertitelung des ZDF, 2020